Ein Millionen Heer von Fröschen, Vögeln und Wilden Bess verbreitet Panik, Horror und Entsetzen. Sie zerstören alles, was sich ihnen in den Weg stellt und jagen ihr menschliches Wild bis zur Vernichtung. Ah! Nein, nein! Frox, die Rache der Natur an der Menschheit. Ich sehe keinen Grund, nervös zu werden wegen ein paar Fröschen. Es sind nicht nur ein paar Frösche, es ist die Rache einer jahrhundertelang gequälten Kreatur. Sie kommen wieder. Der ganze Park ist voller Frösche. Das ist doch nicht zu fassen. Sehen Sie sich das an. Los, beeilen Sie uns! Schönen Sie sich das an! Frox. Der Psychoschocker, der in Amerika zur Sensation des Jahres wurde. Frox.